okay ich glaube nicht dass ich jetzt mit fahrzeugen durchkomme deswegen stürmen wir die burg jetzt einfach mal ohne so rex geht dahin garus geht dahin und ich mittendurch achtung wieso sind die alle schon wieder tot das ist doch scheiße ach da wie kann ich denn wie benutze ich denn medikit oder sonstiges da gebe ich denen mein befehl hier geht in deckung und was machen sie sterben trotzdem tot jawohl aber ich verstehe ich verstehe es nicht wie kann ich denn bleiben sie wachsam lieber kalt als tot hä ich will nur mal kurz gucken torianer mögen keine kälte shepard hatte ich das hier erwähnt ja das war ich jetzt ich kann die nicht äh glaube ich nicht heilen soweit ne weil die stehen ja eh mal wieder auf so blöd ist wenn die im kampf sterben fehlen sie ja quasi aber gut fertigkeit zu gering upgrade kit immer alles mit sehr schön das die gefechtstürme zeigen doch in die falsche richtung es geht nicht um verteidigung sondern darum ihre leute in schach zu halten ja leute jetzt ist die frage wo gehen wir hin wir gehen zur sicherheit probieren wir es mal in die richtung Fertigkeit zu gering sehr schön das nehmen wir aber mit aber hier gibt es soweit nichts deswegen gehen wir wieder zurück probieren es mal mit dem aufzug aufzug fahren kann nie schaden aber fehlt jetzt nicht einer okay das finde ich scheiße wo ist ein rex der ist jetzt aber nicht tot also für immer tot also für immer tot hä aber ich hab den doch mit reingenommen rex rex scheiße okay dann spiele ich spüren wir jetzt einfach mal weiter in der hoffnung dass der wieder zurückkommt das finde ich voll uncool wenn man bei dem spiel seine charaktere sterben lassen könnte quasi aber gut momentan bleibt mir nichts anderes übrig aber ich bin hier ich kann den aber auch nicht leveln Moment das ist doch scheiße ich kann mich mit dem ich komm jetzt das es ist doch okay jetzt der Das sind Einheiten. Shit, 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 shit. Wie, wie mache ich jetzt Heilung? Verdammt. Ah, das geht voll in die Hose. Warte ab. Hallo. Du wartest jetzt da. Bin ich jetzt tot? Nee. Oh, oh. Das finde ich scheiße. Oh, oh. und erledigen sie sie ich ja sind doch schon tot so dass man alles mit ok da ist ein computer kodex sehr gut da gibt es rein noch ein computer medizin kit jetzt werde ich auch mal ganz kurz gucken steuerung schnell speichern zum stufe erste hilfe mit f geht und wieder aufzug fahren das ist aber scheiße wenn der jetzt weg ist ich hoffe ich hoffe ich kriegt ihn wieder dann werde ich sauer eine hilfe schwerer fehler beim hochfahren die benutzer oberfläche der virtuellen intelligenz ist offline manueller neustart erforderlich schon wieder kom heide hopp nicht runter bewegt dich blöde typ sollst auf die plattform drauf jetzt komm auf ohr alter beweg dich gut scheinbar g kann ich da nur alleine runter speicherkern modulstapel 2 oder 3 transferieren hei Was muss ich denn?